Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Jobvideo hier auf meinem Kanal. Wenn euch diese ganzen Videos gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo und Like. Und mittlerweile haben wir sogar 50 Abonnenten erreicht. Also vielen Dank wirklich für die Leistung von euch. Der Support ist einfach in letzter Zeit richtig krass. Gestern das Stream ging vollkommen ab. Wir hatten glaube ich insgesamt 130 Wiedergaben. War einfach wirklich extrem krass. Hat mich super gefreut. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier noch lange rumlabere, switchen direkt rüber in den Itemshop und gucken, was dort heute für Skins drin sind. Irgendwann ganz links dort haben wir den Avenger-Skin, der ja auch gestern schon drin war, nachdem das Update kam. Zwei verschiedene Stile. Einmal mit dem Stil, dem Stil, die Skins sind sozusagen episch, haben allerdings die Marvel-Seltenheit. Ja, sind trotzdem eigentlich episch. Ähm, hier hat man, äh, der Skin ist auf jeden Fall ganz nice. Auch mit den verschiedenen Stilen. Sieht ziemlich cool aus. Dann gibt's die Bist der Schwarzen Witwe. Ist eigentlich eine ganz coole Spitzhacke. Sieht ganz nice aus. Und die werden natürlich auch wahrscheinlich sehr, sehr selten sein. Ähm, dann haben wir Widows Pirouette. Ist ein extrem cooler Tanz eigentlich. Das sieht cool aus. Zwei andere Trieros Skine, für klar. Aber aufgeweckt. Ein cooler Emote, wie ich finde. Kann sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir Stumpfi. Hat einen coolen Werkzeug-Effekt. Und, äh, lohnt sich auf jeden Fall. Oder kann man sich eigentlich ganz gut kaufen. Aber den modernen Gleiter, grüner Gleiter, sieht eigentlich ganz nice aus von den Farben her. Ja, wenn man noch keinen Standard-Gleiter so der Ausführung ähnlich hat, dann kann man sich den auf jeden Fall kaufen. Ähm, sind auf jeden Fall eigentlich immer ganz geil, weil die ziemlich leise sind, die, ähm, Gleiter. Aber Wolkenbrecher aus dem Luftfahrt-Zeitalter-Set. Ähm, finde ich jetzt nicht ganz so cool. Ich mag diese Brillen-Luftfahrt-Skins nicht ganz so. Trotzdem sieht er eigentlich ganz nett aus. Dann haben wir den Ranger drin. Den OG-Skin, ähm, war jetzt mittlerweile aber auch, glaube ich, schon wieder. Irgendwie letzten Monat auch schon drin. Das ist halt nicht mal ganz so etwas Spezielles, aber, äh, nicht mal ganz so selten ist. Ähm, sieht aber auf jeden Fall ganz cool aus eigentlich. Ihr seht mal der Ben-No-Skin, wenn jemand immer Ben spielen will und kein Random-No-Skin, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Schattenboxer. 200 V-Bucks gehen dafür vollkommen klar. Sieht auf jeden Fall extrem cool aus. Und ich finde generell, der Shop heute ist sehr, sehr günstig. Wir haben hier drei grüne, vier grüne Items. Und dann hier auch, ähm, zwei blaue. Und, ähm, die Marvel-Skins sind jetzt auch nicht allzu feuer. Aber geht schon wirklich vom Preis her. Ich würde sagen, das Zwitschen rüber in den Rettet-die-Welt-Modus. Und, ähm, ja, der Bowler ist ja jetzt auch im richtigen Shop. Heute haben wir das Anhänger-Lama. Kann manchmal ziemlich, ziemlich nice Items rauskommen. 200 V-Bucks für den Anhänger-Lama. Man bekommt, ähm, mythischen Anführer der Überlebenden raus. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Finde ich. Ähm, 200 V-Bucks gehen dafür wirklich vollkommen. Wenn sie legendäres natürlich nur wird, bekommt man hier. Allerdings, Anhänger-Lama lohnt sich. Immer halt vor allem, wenn sie legendär werden. Dann gibt's den Bowler drin. Den gab's ja auch, war, ich glaub, fünf oder so gab's den schon. Ähm, aber der Zwischnehme gar nicht mehr. Ist ein cooler Werfer eigentlich. Lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Ja, und das Anhänger-Lama ist auch ganz nice. Und ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Video wieder ein. Und bis dahin. Tschau. Tschau. Tschau.